how it is hat okay aber jetzt wir spielen graves power medium mythic und gehen rein in die masse wie eine freiwelt giraffe oder rein in die masse wie eine thailänder klasse oder rein in die masse wie eine haifische attacke oder rein in die masse wie eine reizgas attacke okay wir machen schön 1 und 20 und dann ab die post machst du eigentlich auch deine einnahmen öffentlich wo war kurz kommt ihr dürft doch nicht so nicht so ich hoffe mal fight tp direkt rein so auf ehrenbruder basis oh man es ist jetzt schon geiles game einfach jetzt schon ein geiles der könne da drin stehen deswegen habe ich ein bisschen angst ich liebe solche level 1 der hat kein flash mehr in der theorie können wir einfach top lane gehen und den töten glaube ich also legit ich weiß nicht wie er wegkommen soll außer mit seinem tornado den er jetzt gleich benutzen wird super rauf da ja genau kein problem du sollst nämlich sterben sterben wär doof jetzt pushen wir schnell aus damit melphite back gehen kann wir gegen ein gold dominion oh ja lecker wir müssen das hier noch auspushen melphite ist wichtig für dich ich kümmere mich ja um dich ne soll ja keiner sagen dass ich mich nicht um meine laner kümmer oh hoppla scheiße das gleiche können wir übrigens auch mit lane machen boah starker track ja wegen diesen einnahmen öffentlich ich kenne mich noch nicht also ich müsste mich davor erst mal auseinandersetzen mit was ich öffentlich machen darf und was nicht da habe ich nämlich noch keine ahnung oh wait selsa draptoren gekleert dann wird er ja irgendwie topside sein ach so vielleicht hat er einfach raptoren gestartet ne actually ja der wird raptoren gestartet haben ach ja das mit den einnahmen äh könnte actually ein gutes youtube video werden das stimmt schon ich gehe hinten rum jetzt topplung nein du hättest ihn weiter baiten müssen ich bin doch da mein junge das hast du nicht verdient dafür kriegst du nicht ach so ich muss rauspushen jetzt mit dir ne ich glaube wird's einfach top Ah, ich glaube, der weiß das, ne? Oh, war jetzt gar nicht mal so gut, ne? Äh, nice. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht einfach probiert, wegzurennen. Maybe ich hätte das so überlebt. Okay, das scheint schon mal ein gutes Game zu werden. So, wir müssen jetzt nur gucken, was wir hier machen. Was bauen wir? Wollen wir was... Ja, erstmal können wir noch so bauen. Solange wir das noch nicht 100% wissen. Ja, Draktar könnte ganz witzig sein. Eclipse können... Das ist halt eigentlich alles. Hauptsache Lethality. Hauptsache einfach scheppern muss es. Ach so, vielleicht sollten wir uns schon so eine Reihenfolge machen, welche Mythic Items wir uns kaufen. dann wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, wir gehen zur Krabbe, die ist gerade gespawn. Oh, baby. Oh, weak. Oh, man. Oh, okay. Oh, okay. ja gut was soll ich sagen lief ja gar nicht mal so schlecht oh man nice son haben wir einen juck geile nummer ja der gangplank ist jetzt auch noch nicht so hallo es will ein dreißiger aber das heißt super crazy ja jetzt sagt man halt ja aber das war ja gar nicht crazy weil du nicht überlebt hattest ich wollte halt nochmal übertreiben und den einfach töten so oh der ist halt so stark ey ja einfach toplane jetzt rein pfeffern ich hab so bock jetzt ich hab so bock jungen rein 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 einfach und ja 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 das ist ja ein passender moment mensch brücke ich grüße dich ey brücke bevor du gehst bitte antworte mir auf twitter ok ich danke dir beziehungsweise antwort in der gruppe jetzt kannst du schlagen ich hoffe du hattest einen schönen brain dead cell stream wie dieses game heißt was mir nicht zusagt das ding ist ich kann es mir alles sogar vorstellen ne Oh Mann Deswegen weiß ich jetzt gerade noch nicht ganz Wie ich das aufnehmen soll Ich lese es gerade Ja Hoffentlich Du meinst es also ernst Ach sowieso Ja klar Das wäre Stellst du dir das vor Wie krass das wäre Ich glaube nicht Das wäre so krank Welche Freude Du deinen Zuschauern damit machen würdest Kletterpack ich komme Ja aber Trag einfach mal deine Zeiten ein Ich muss noch irgendwie NoWay kontaktieren Der lebt halt leider auch auf dem Mond Aber wenn ich euch beiden habe Dann Kani den schaffe ich Dann ist halt wirklich einfach schlimm Ich probiere irgendwas richtig Nices auf die Beine zu stellen Und dann laufe ich halt mit Leuten Der hat dich auch genutet Ich lasse dich da gerne im Dunkeln Gute Nacht Jo ey gute Nacht Einfach deine Zeiten eintragen Dann bin ich glücklich Safe bist du mutet bei denen Wäre halt einfach nur schade Aber Aber ist in Ordnung Leute aber wenn Also ne An alle Zuschauer von Brücki Ich will Eigentlich Ich hab das schon geteasert Aber ich will das jetzt eigentlich Nicht mehr teasern Weil Wenn das nicht klappt Ist jeder traurig Und wenn es klappt Ist halt Also ich glaube Ihr könnt euch halt Also alles was ihr euch vorstellt Das was passieren wird Eventuell Wenn die mir antworten Ist krank Crazy krank Kriegen wir den Turm auch noch down Safe mache ich den Oder Okay Phil Ich frage nochmal Um sicher zu gehen Meinst du das ernst Ich sag Achso Nein Du sollst nur Also eintragen Ob du halt da Zeit hast Ich weiß ja nicht Wie Was für ein vielbeschäftigter Mann Du bist Aber ich denke Dein Terminkalender Wird gequetscht sein Aber ich würde es begrüßen Wenn du Natürlich Platz finden würdest Ich weiß echt nicht Wieso ADCs Das Game Kein Spaß macht Momentan I don't know Boah Ja Das ist also Ah Mann Stell dir vor Das würde klappen Weißt du Stell dir vor Das würde wirklich klappen Das wäre so genial Das wäre so genial Oh Mann Ich stehe da nicht im Weg Das finde ich geil Das finde ich richtig geil Also ich glaube Es ist jetzt alles von No way abhängig Tatsache Kani wird safe ja sagen Arniel habe ich auch In der Tasche Naja Also ne Es wäre mir ein Vergnügen Wenn du den Herrn mal anschreibst Ich glaube dich hat er noch nicht aufmutet Also ne Weißt du Bescheid Ich danke dir Kannst du ihm ja diesen tollen Link eintragen Äh Link schicken Und dann Dann weiß er was er machen muss Ist Fabian Köster der Der Main Host von der Show Dann gehe ich nicht den Aber sonst nicht Oh es ist so schön Ja Phil Ties mal an Ich will Ja Armin Brück Hier hat ja eigentlich schon Gerade alles verraten So Naja aber Ich probiere gerade Ein Bootcamp Zu organisieren Äh von dem Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Äh von Von unserem NNO Team Das wäre ja eine ganz wilde Nummer Ne Im ESG Haus Und das ganze wird dann gestreamt Über so Über krasse Winkel Kamera Winkel Und so ganz viele Kameras Aus jeder Perspektive Hm Mann ey Wäre das cool Duette Ja Vielleicht machen Oh mein Gott Am Ende machen wir alle In Twitch Sings zusammen Oh I lost Das ist ja so gut Zahlst du alles Äh nee Das ist ja das Gute Äh das wird Ja nicht so viel kosten Also Actually für mich Wird das am meisten kosten Oh nein Halt dein Maul Ähm Weil ich die längste Anreise habe Jo ich Wuh Ich glaube Freddy ist da safe raus Okay ich lese mal vor Leute Ich lese mal vor Was er geschrieben hat Zu meinem kranken Vorschlag Ich meinte nämlich Wir können das auch alles Online machen Weil ich dachte Da sind sie mehr für zu haben Hm Klingt interessant Ehrlich gesagt Aber denke Offline würde besser ankommen Vielleicht finden wir da Eine Möglichkeit Also ich lese dann Quasi ja Hm Ich gucke mal kurz nach Ob Ruki jetzt seine Zeiten Eingetragen hat Null hat er nicht Hä Bruki Ja Ähm Hallo Hallo Das war's für heute.